UNTERTITELUNG Los! Wir begrüßen die Entscheidung, die von der DDR-Führung heute getroffen worden ist. Diese Entscheidung bedeutet, dass die Mauer nach 28 Jahren ihre Funktion verloren hat. Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Wir werden uns unser Deutschland wieder von ganz unten aufbauen. Ihr seid zu Kämpfern geworden! Ich hab die Schnurze voll von einem Nazi-Scheiß. Hast du überhaupt noch was zu Arschloch? Du weißt, was wir mit Verrätern machen. In WST Du weißt, was wir mit Verräternationen? Wir sind mit Verräternationen! Und bis das, was wir mit Verräternationen?